So, nachdem wir zweieinhalb Stunden auf unser Auto gewartet haben, was das einzige war, was ein bisschen blöd war. Wir haben jetzt 8 Uhr. Ich weiß nicht wie lange wir unterwegs sind, aber schon lang. Das ist unsere Bude jetzt. Eine Mikrowelle. Küchengedienst. Kühlschrank. Ist wach. Kühlschrank halt. Glotze. Bett. Couch. Das ist hier. Das ist hier. Pool. Kühlschrank. Pool. So. Jetzt werden wir mal in den Wal-Mart fahren, irgendwas essen und dann ist es mal gut, Hubert. Tschö. Kühlschrank. Untertitelung des ZDF, 2020